Hallo! Herzlich Willkommen wieder bei einem Geheimort Video. Ja, ich stehe hier an der Kreuzung bei den Vergesse nicht verhindert, ob ich da alle halten und der Gast ist an der Brücke. Wer nicht weiß, wo das ist, bei diesem Video, das heißt die Kürbisklappe, das ist das der Geheimort Video, die Kürbisklappe. Da seht ihr, wie das hier herkommt. Schwer ist es nicht, aber ja, auf jeden Fall, reitet ihr jetzt einfach mal diesen Biegchen klar. So, einfach mal entlang reiten. Danke nicht. Wir können auch gerne abkürzen. Aber ihr, es ist gut, dass ihr in der Nähe vom Ostbügel seid, denn der Ostfahrt spielt hier eine sehr große Rolle. Ja, dann müsst ihr einfach immer, immer und immer diesen Weg entlang. Und wenn wir uns abgeben, einfach den Weg hier entlang reiten. Das könnte ein wenig dauern, aber ich konnte es ja nicht irgendwo anders draufzeichnen, zwei Meter davor, weil sonst wisst ihr ja nicht, wie das genau sein soll. Aber ja, okay, in der Welt wird ja, seitdem ich weiter spiele, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen. Ach, wie hieß denn das wieder? Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen, ein Räumen. Ja, jetzt sind wir hier über meine drei Teile. Jetzt haben wir schon mal den richtigen Weg. Boah, hoch. Hoch mit CapCat. So, jetzt kann man das Sperrfeld einhalten. So, jetzt muss ich übernehmen, ich war hier auch ewig lange nicht mehr. Aber, auf jeden Fall, in der Nähe kann man nur den. Ja. Hier ist schon mal einer gefällt worden. Ein ewiger Bau, das liegt aber, der so groß ist. Huch! Wow, wieso ist das denn jetzt? Oh, da ist eigentlich immer Spuren drauf. Hat irgendwie nicht geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Naja, egal. Weiter geradeaus, schön. So. Ach, ich habe jetzt. Ah ja, da vorne ist es ja auch schon. Nicht abkippen jetzt. So, ach, warte, warte. Schöne Marie. Also, es ist sehr nah am Strand. Ah, hei, hei, hei. Ja, wir sind ja auch schon da. Ja, das ist auch kein Problem. Ein ewiger Baum. Einer der wichtigsten, wo auch meine Aufgabe können ist. Das ist meine Sicht, das ist nämlich ein Story-Quest gewesen. Das habe ich zwar noch nicht gemacht. Aber ich habe mir Videos davon angeguckt. Und ja. Es gibt viele verschiedene Wege dahin zu kommen. Ich bin persönlich immer zu diesem Strandweg. Ich weiß nicht. Da wird denn das. Aber ja. Ja. Das war der. Oder das ist der ewige Baum gewesen. Und das ist immer noch. Und ja. Da muss ich mich jetzt aber leider wieder von euch verabschieden. Und ja. Dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal.